In dieser letzten Einheit des Kurses erkläre ich Ihnen noch ein anderes Sortierverfahren mit dem Namen Quicksort. Quicksort wurde erfunden von Tony Hoare. Tony Hoare hat 1980 den Turing Award bekommen für seine Arbeiten zu Korrektheit von Programmen. Quicksort ist ein ganz ganz einfaches Verfahren, fast noch einfacher als Sortieren durch Mischen und ich zeige Ihnen jetzt mal wie das geht. Also nehmen wir an, hier rechts sehen Sie Tony Hoare. Hinter dieser hohen Stirn müssen gute Gedanken stecken und das stecken auch. Nehmen wir an, S ist die Menge der Elemente, die wir zu sortieren haben. Dann tun wir folgendes. Wir wählen ein Element in S, beliebig, und wir teilen S ein in die Elemente kleiner als S, größer als S und das Element selbst. Und dann wählen wir das Verfahren, wenden wir das Verfahren rekursiv an, genauso an auf die beiden Mengen S kleiner und S größer und geben aus, die sortierte Version von S kleiner, gefolgt von S, gefolgt von der versierten Version, sortierten Version von S größer. Und die Rekursion endet, wenn S kleiner und S größer leer sind. Das ist ein Beispiel für Teile und Beherrscher. Ja, wir nehmen ein Element in S und teilen auf in S kleiner und S größer. Das sind beides echte Teilmengen von S, denn das kleine S ist in keiner der beiden Mengen, also es wird wirklich kleiner. Und dann wenden wir das gleiche Verfahren an, auf die beiden Teilmengen. Das nennt man Rekursion. Dass man also ein Verfahren erklärt und als Teil davon kommt das gleiche Verfahren wieder vor, aber auf etwas angewendet, was kleiner ist und deswegen ändert das irgendwann. Und hier machen wir das eben so, wir teilen die Menge S an dem Element S in die Elemente kleiner und größer, sortieren rekursiv diese beiden Teilmengen und geben dann aus, die sortierte Version von S kleiner, gefolgt von S, gefolgt von der sortierten Version von S größer. Sehen wir unser Beispiel an, nehmen wir an, wir haben 17, 23, 4, 9, 5, 83. Wir wählen die 5, sagen wir, dann teilen wir auf in 4 und die Elemente, die größer sind, sind 17, 23, 9 und 83. Das ist schon sortiert, also da würden wir die 4 wählen und bei den beiden Teilmengen haben wir nichts, also da können wir aufhören mit unserer Rekursion. Hier etwa wählen wir die 17 als Teilungselement, kriegen dann in der Elemente, die kleiner sind, die 9, die 23 und die 87 gehen dahin, wo es größer ist. Hier wählen wir die 9, es ist ja nur noch ein Element da und haben kleine und die größere Teilmenge jeweils leer. Dann haben wir hier, wählen wir zum Beispiel die 23, die Elemente, die kleiner sind, sind 87, da sind wir fertig. Die Elemente, die größer sind, ist 87. Wenn wir jetzt 87 als Teilungselement nehmen, ist die Menge der Elemente, die kleiner sind, leer und die Menge der Elemente, die größer sind, leer. So, und jetzt können wir die sortierte Folge ablesen. 4 von hier, dann die 5, dann die 9, dann die 17, dann die 23 und dann die 87. Ja, das ist ein sehr einfaches Verfahren. Wir haben unsere Menge, wir greifen unser Element raus, wir teilen die Menge in die Elemente, die kleiner sind, die größer sind, wir wenden darauf die Verfahren rekursiv an und dann am Schluss fügen wir diese sortierten Stücke hintereinander. Jetzt, wenn man Quicksort ausführt, kann man Glück haben oder Pech haben. Also Glück haben, wenn man zum Beispiel als Teilungselement immer das Element nimmt, das in der Miste ist, dann geht die Hälfte der Elemente nach links und die Hälfte der Elemente nach rechts. Wenn man da wieder in der Mitte sucht, dann geht wieder die Hälfte nach links und die Hälfte nach rechts. Wenn man wieder in der Mitte sucht, geht wieder die Hälfte nach links und die Hälfte nach rechts. Nehmen wir an, das wäre jetzt nur noch ein Element. Ja, dann ist das wunderbar, denn, warum? Diese Stücke hier halbieren sich jeweils in der Länge und dann ist dieser Rekursionsbaum, wie wir sagen, hat nur logarithmische Tiefe. Und auf jeder Tiefe schauen wir uns jedes Element einmal an und deswegen ist die Laufzeit, so wie bei Sortieren durch Mischen, n log n. Also nochmal, warum? Wir schauen uns auf jeder Stufe jedes Element einmal an, weil wir es ja nur vergleichen mit dem Teilungselement und dann entweder nach links werfen oder nach rechts werfen. Und die Tiefe der Rekursion ist log n, weil wenn wir genau immer in der Mitte treffen, dann halbiert sich die Größe der Mengen in jedem Schritt. Ja, und das heißt, die Tiefe ist log n und dann ist die Laufzeit n log n. Man kann aber auch Pech haben, nehmen wir an, Sie nehmen als das Teilungselement immer das größte Element. Dann ist das rechte Teilproblem leer, aber das linke Teilproblem, wenn Sie mit n Elementen anfangen, ist noch n minus 1 groß. Sie nehmen wieder das größte Element als Teilungselement, dann ist das rechte Problem leer. Und das linke hat noch n minus 2 Elemente. Und wieder das größte, dann ist das rechte leer, aber das linke hat noch n minus 3 Elemente. Und das heißt, die Anzahl der Vergleiche, die Sie machen, ist, hier vergleichen Sie jedes Element mit dem Teilungselement. Das heißt, das ist n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 und so weiter bis 1 runter. Und das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Die Summe ist n minus 1 mal n halbe. Das ist also grötenartungsmäßig n Quadrat. Wenn Sie das mal konkret anwenden und 10 hoch 6 Elemente sortieren wollen, dann dauert das auf meinem Notebook eine halbe Sekunde. Und wenn Sie in diesen unglücklichen Fall reinkommen, dann dauert das ewig, dann dauert das 500 Sekunden. Nochmal, warum das hier rüben, warum die Rekursionstiefe n ist, das ist, Sie fangen an hier mit einem Problem der Größe n. Dann kommen hier noch jeweils n halbe Elemente an. Ja, sogar n halbe minus 1 und dann hier n viertel und n viertel, n achtel. Und das heißt, nach log n Stufen sind Sie bei einem oder keinem Element. Also beim Teilen kann man Glück haben oder Pech haben. Die Laufzeit von Quicksort im besten Fall ist n log n. Man kann auch zeigen, in der Regel ist sie n log n, aber im schlechtesten Fall ist Quicksort miserabel. Das ist nämlich n Quadrat. Jetzt was kann man tun? Kann man das Glück erzwingen? Ja, man ist so vorgegangen, bis 1980 hat man sich immer raffiniertere deterministische Strategien ausgesucht, um dieses Teilungselement zu suchen. Seit 1980 ist ein neues Paradigma eingezogen, nämlich man wählt das Teilungselement zufällig und dann hat man einen randomisierten Algorithmus. Das nennt man randomisierter Algorithmus, das ist ein Algorithmus, der Zufall benutzt. Und was passiert, wenn Sie ein Teilungselement zufällig wählen? Stellen Sie sich mal konzeptuell vor, Sie stellen sich hier die Menge in sortierter Folge vor. Dann wenn Sie ein Teilungselement aus der mittleren Hälfte nehmen, ein Viertel, ein Halb, ein Viertel. Wenn Sie eins hier rausnehmen, dann teilen Sie das Element, die Menge ungefähr, in zwei gleiche Teile. Naja, also ein Teil ist mindestens ein Viertel, der andere Teil kann drei Viertel sein. Aber auch immer, wenn Sie nicht um den Faktor ein Halb reduzieren, sondern nur um den Faktor drei Viertel, dann kriegen Sie logarithmische Tiefe. Und wenn Sie ein Teilungselement nehmen, das hier außen ist, dann reduzieren Sie die Mengen nicht sonderlich stark. Aber mit Wahrscheinlichkeiten halb nehmen Sie ein Teilungselement hier in der Mitte. Und deswegen ist die Wahl eines zufälligen Teilungselementes führt zu einem randomisierten Algorithmus, zu einem schnellen, effizienten Algorithmus. Ein anderes Experiment, das Sie sich vorstellen können, dann sehen Sie sich vor, Sie haben eine Urne mit gleich vielen roten und schwarzen Kugeln. Und Sie überlegen sich, wie finden wir eine rote Kugel ohne hinzusehen. Die beste Strategie ist, Sie greifen einfach blind rein. Dann kriegen Sie mit Wahrscheinlichkeit ein Halb, eine rote Kugel. Und das heißt im Schnitt, beim zweiten Mal reingreifen, kriegen Sie eine rote Kugel. Fassen wir zusammen. Ne, ich sage nochmals über Tony Hoare. Tony Hoare ist auch ein Meister der Sprache. In seiner Dankesrede für den Turing Prize hat er Folgendes gesagt. Und er hat seinen Preis bekommen für die korrekte Entwicklung von Software, von korrekten Software-Systemen. Ich stelle fest, dass es zwei Wege gibt, ein Software-Design zu erstellen. Entweder so einfach, dass es offensichtlich keine Schwächen hat. Oder so kompliziert, dass es keine offensichtlichen Schwächen hat. Die erste Methode ist weitaus schwieriger. Das ist ein Satz, den Sie sich zu Herzen nehmen sollten. Also man kann etwas tun und es so einfach machen, dass es offensichtlich richtig ist. Oder so kompliziert, dass es keiner versteht. Und die erste Methode ist das weitaus schwierige, aber die wichtigere. Lassen Sie mich zusammenfassen, was wir über Sortieren gelernt haben. Binärsuche ist rasend schnell. 40 Vergleiche für die Suche in einer Billion Elemente. Sortieren ist billig und geht relativ schnell. Nämlich eine Million Elemente in einer zehntel Sekunde auf diesem Nosebook. Und im nächsten Kurs sehen wir dann eine ganz wichtige Anwendung von Suchen und Sortieren. Nämlich die Websuche. Nämlich die Tallers zuandalen haben. Es zeigt searching einerý ICU. Nämlich die Luftwaffe. Nämlich die großen Meter. Nämlich die diese Story.